Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum heutigen Update zu den italienischen Vulkanen. Wir haben den 16.08.2024. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir werden uns in diesem Video ein wenig über die südlich liegenden italienischen Vulkane unterhalten. Hier sind mit inbegriffen die phlegräischen Felder. Da werden wir uns über das aktuelle Bullettino des INGVs unterhalten. Aus dem Überwachungszeitraum vom 5. bis zum 11.08.2024. Wir werden uns über den Vesuv und seine aktuelle Situation ein wenig unterhalten und auch ein wenig über die seismische Aktivität jetzt so im Allgemeinen. Dann werden wir uns über den Stromboli unterhalten. Da gab es nämlich einen Lavaüberlauf und wir werden uns auch über den Ätna unterhalten, denn da fand vorgestern Nacht der 6. Paroxysmus statt. Aus der Voragin, also aus dem Zentralkrater und wir steigen jetzt ein mit dem Bullettino des INGVs zu den phlegräischen Feldern. Da gab es jetzt erstmal keine großartig auffälligen Parameter, beziehungsweise veränderten Parameter. Wir haben hier am nordöstlichen äußersten Kraterrand, die Pischarelli-Fumarole. Die wird in einer Entfernung von immer 5 Metern ungefähr gemessen. Hier ist die Durchschnittstemperatur tatsächlich um 1 Grad gefallen. Nicht gestiegen, sondern gefallen. Also keine dramatische Veränderung. Ja, hier gibt es jetzt auch erstmal nichts auffälliges. Wir hatten in dem Überwachungszeitraum vom 5. bis zum 11.08.2024 insgesamt 70 Erschütterungen und das stärkste Erdbeben brachte es gerade mal auf eine Magnitude von 1,5. Auch im äußersten Bereich der Solfatara, also das fand jetzt nicht direkt wieder intern der Solfatara statt, aber die Erdbeben verteilen sich immer hier rundherum, hauptsächlich im Bereich der Solfatara. Wir sprechen jetzt auch ganz kurz über ein Bild, was ich euch hier einblende und zwar zeigt dieses Bild den kleinen Hafenbereich, ja, so äußersten Hafenbereich von Pozzuoli. Darauf kann man erkennen, dass der äußerste Randbereich hier des Hafenbeckens immer mehr begrünt wird. Das heißt, dass auch bei Flut das Wasser es nicht schafft, diesen Randbereich mehr zu überschreiten. Ja, das heißt, die Vegetation kann hier voll und ganz durchkommen und das ist auf jeden Fall ein, ja, ein Indiz dafür, dass die Inflation, die wir jetzt aktuell haben, beginnend seit 2005, ja, immer stetig weiter ansteigt und es geht nicht mehr zurück. Also wir haben jetzt keine Deflation, es geht immer weiter und auch das Riete GPS misst aktuell immer noch eine durchschnittliche Bodenhebungsrate von 20 Millimetern plus minus 3 Millimeter pro Monat. Ja, also da jetzt erstmal nichts großartig auffälliges, ne, das hält sich jetzt immer so konstant auf gleichem Level. Aber wenn man jetzt schon in diesem Jahr alleine eine Bodenhebung von insgesamt 13,5 Zentimeter hat, ja, also 135 Millimeter, gemessen beim Riete GPS, das blende ich euch jetzt gerade noch einmal hier ein, das Riete GPS ist ungefähr hier auf diesem Punkt verankert. Hier, da liegt das Riete GPS und der Hafenbereich, den könnt ihr erkennen, der liegt ungefähr, ja, so gut 100 Meter vom kleinen Hafenbecken entfernt, ne, also das Riete GPS. So, das war es jetzt erstmal soweit zu den flagräischen Feldern. Da gibt es jetzt erstmal nichts weiterhin großartig zu sagen, deswegen sind die letzten Tage jetzt auch keine weiteren Updates zu den flagräischen Feldern gekommen. Ich habe mit euch in den vergangenen Updates sehr viel über die flagräischen Felder gesprochen. Ich habe euch den Untergrund des Vulkans erklärt und da sollte man sich jetzt nicht immer großartig in jedem Video wiederholen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Playlist zu öffnen bei mir und dann könnt ihr euch die vergangenen Updates auch angucken, wenn ihr euch dafür interessiert, das würde mich sehr freuen. Wir fliegen einmal westlich zum Vesuf rüber. Liegt ungefähr 20 Kilometer westlich und hier gibt es vereinzelnd immer ein paar Erdbeben, die hauptsächlich hier oben sich im Kraterbereich, also oberhalb des Valle del Gigantes, das ist diese lange äußere Gipfel-Caldera-Wand hier, ja, der ehemalige Monte Sommer und dann kam es damals zu dieser gigantisch großen Eruption und dann ist der oberste Vulkanbereich in sich zusammengefallen, hat das Valle del Gigante gebildet, hat eine Länge von ungefähr fünf Kilometern, sind etwas über fünf Kilometer und dann hat sich der Vesuf, so wie wir ihn heute kennen, geformt und die meisten Erdbeben finden tatsächlich hier oben immer so im Kraterbereich statt. Hier kommt es immer noch zu sogenannten Setzungsbeben, die auch immer noch mit den vergangenen Eruptionen, auch die von 1944 zu tun haben, weil man muss mal überlegen, wie gigantisch groß dieser Krater einfach ist. Wir haben hier einen Durchmesser von gut 500 Metern und 300 Metern Tiefe, also echt gigantisch und wenn es dort zu Felsstürzen kommt und auch wenn sich der Kraterboden hier immer weiter bewegt und absackt, kann es dann im Bereich der Aufstiegspfade, der ehemaligen Aufstiegspfade, der Aufstiegsschlote und des Kraters selber immer wieder mal zu einzelnen Erdbeben kommen. Hier kommt es aber meistens auch immer zu Erdbeben im Mikroseismikbereich und es gibt keine Indizien dafür, auch wenn viele von euch da draußen den Vesuv für ein schlummerndes Monster halten. Ja, ist er auch. Er ist ein großer Vulkan, ja, so, aber man sieht jetzt keine Anzeichen dafür, dass es in der nächsten Zeit zu einer Eruption kommt. Also da wartet man noch auf jeden Fall den vulkanischen Tremor ab, die Bodenhebung wartet man ab und auch die Erhöhung der Seismizität im Allgemeinen. Hier gibt es absolut nichts Auffälliges. Also für die da draußen, die jetzt sagen, dass der Vesuv wieder morgen ausbrechen sollte oder übermorgen. Das sind reine Panikschürer. Hört bitte nicht da drauf, auch wenn es hier wieder in den Kommentaren erwähnt wird. Ja, da braucht ihr euch absolut nicht drum bekümmern. So, das war es jetzt erstmal zu den nördlich gelegenen Vulkansystemen. Einmal der Campi Flegrei und des Vesuvs. Und jetzt reisen wir noch weiter südlich Richtung Sizilien. Und zwar treffen wir hier kurz vor der Insel Sizilien auf die Liparische Inselgruppe. Und da sticht besonders von der Aktivität her der Stromboli hervor. Und der hatte gestern gemessen gegen 16.45 Uhr einen Lavaüberlauf. Und zwar hier im Bereich des Chiara del Fugos. Hier gibt es ungefähr, den zeichne ich euch jetzt direkt zu Beginn einmal ein. Genau, da gehen wir einmal hier drauf. Der hat hier so in diesem Höhenbereich hat er eine Schlotöffnung, aus dem es gestern zu einem Lavaüberlauf kam. Und der Lavaüberlauf, auch auf dem Foto, was ich euch hier gerade einmal einblende, kann man erkennen, dass die Lava recht ordentlich unterwegs ist. Und laut Angaben des INGVs hatte die Lava ein Höhenniveau von ungefähr knapp 400 Meter über dem Meeresspiegel erreicht. Und der Stromboli ragt ungefähr 1000 Meter aus dem Wasser hinaus. Allerdings unterhalb ragt er noch ungefähr etwas über zwei Kilometer bis zum Meeresgrund runter und hat von daher ungefähr dieselbe Höhe fast wie der Ätna auf Sizilien mit 3.326 Metern. So, und der Stromboli ist trotz all dem wirklich ein sehr gewaltiger Vulkan, auch wenn er nur so wenig oben aus dem Meer hinaus guckt. Ja, und hier hat sich mittlerweile eine schon sehr tiefe Schlucht gebildet am Chiara del Foco. Das ist dieser steile Abhang hier. Und dieser Abhang ist bekannt dafür, dass wenn es zu einer größeren Eruption kommt und zu einer höheren Aschesäule, dass hier an diesem Abhang die pyroklastischen Ströme eine enorme Geschwindigkeit aufnehmen können und dann hier raus aufs Meer gleiten. Und hier gibt es in einem ungefähren Abstand von 700 Metern Bojen, die das Ganze auch abgrenzen. Und dieser Bereich darf nicht befahren werden. Und auch die Besucherterrassen, die es hier auf Stromboli gibt, einmal auf dem Höhenniveau von knapp etwas über 200 Meter und 400 Meter sind auch gesperrt worden. Und der Lava-Austritt, der sonst immer hier am Stromboli beobachtet werden konnte, kann man mittlerweile wohl von diesen Besucherterrassen aufgrund dieser Schlucht, die sich hier gebildet hat jetzt, ja, am Chiara del Foco, nicht mehr einzusehen ist. Ja, das heißt, das kann man alles nicht mehr sehen. Und auch dieser Lava-Überlauf, dieser kleinere Ausbruch, ist vom INGV her der Öffentlichkeit nicht preisgegeben worden. Ja, das heißt, die Menschen konnten ihn natürlich sehen, jetzt aus einer gewissen Entfernung und auch hier die Menschen auf der Insel Stromboli selber. Aber es wurde von der Öffentlichkeit jetzt, wurde der Öffentlichkeit nichts preisgegeben. Also wir haben nicht so viel erfahren. Und da gibt es tatsächlich auch mehrere Daten, die man da jetzt nicht erfahren hat. Auch die Seismizität unter anderem, das ist alles ein bisschen so verschwiegen worden. Keine Ahnung warum, das konnte ich bis dato noch nicht einlesen. Aber so sieht jetzt erst mal aktuell die Situation da aus. Also das Ganze ist jetzt auch wieder relativ zur Ruhe gekommen. Und hier oben gibt es etwas, unterhalb des Zentralkraters gibt es dann hier eine Schlotöffnung. Das kann ich euch jetzt gerade hier nicht, das sind keine aktuellen Bilder hier bei Google Earth. Aber die gibt es hier ungefähr auf dieser Höhe. Ich zeichne euch das jetzt gerade noch einmal hier ein. So hier in diesem Bereich, da gibt es eine Schlotöffnung. Und da ist es gestern gegen 16.45 Uhr zu einem sehr geheim gehaltenen Lavaüberlauf gekommen. So, aber das Bild habt ihr ja gerade eben gesehen, da kann man es drauf erkennen. Also die Bootsfahrer, die jetzt hier im Umkreis Stromboli immer unterwegs sind, die können das natürlich dann auch filmen. Oder Menschen, die dann auch direkt auf der Insel Stromboli wohnen. Und ja, so sieht das jetzt erst mal zur Insel Stromboli aus. Am Ätna auf Sizilien kam es in der Nacht vom 14. auf den 15. August 2024 zum 6. Paroxysmus. Hier ist der Ätna, mein Gott. Hier ist Sizilien. Der Ätna hat insgesamt eine Höhe, das blende ich euch jetzt alles gerade hier noch einmal ein, eine Höhe von gut 3.328 Metern. Und der 6. Paroxysmus hat Anlauf genommen und der Tremor war nicht mehr aufzuhalten. Er ist stark in den roten Bereich gesprungen, gewandert und kam dann hier aus der Voragin, aus dem Zentralkrater mit enormen Lavafontänen zum Vorschein. Die Seismizität ist stark erhöht gewesen und erst sah es so aus, weil man kennt es auch aus vergangenen Paroxysmen aus den Südostkratern des Ätnas, dass der Tremor stark ansteigt, ja, so bis in den roten Bereich rein, aber dass es dann auch wieder zu einem Abfall kommt und dass es dann nur bei einzelnen strombolianischen Eruptionen bleibt und nicht zu einem richtigen Paroxysmus dann kommt, dass es zu einer richtig explosiven Eruption kommt. Ich kann euch auch hier gerade einmal ein Bild vom Ätna einblenden, jetzt vom 6. Paroxysmus. Es sind wirklich gewaltige Lavafontänen, die da zum Vorschein kommen, ja, und der Ätna hat halt, wie gerade eben schon mal erwähnt, bei vergangenen Paroxysmen gezeigt, dass er uns auch veräppeln kann, dass man davon ausgehen, dass es zu einem verendeten Paroxysmus kommt, ja, aber dieser dann wieder abfällt, auch der Tremor dann wieder absinkt und dass es dann bei einzelnen strombolianischen Eruptionen bleibt. Doch aktuell befindet sich der Ätna wirklich in einer hochaktiven Phase, ja, und wie lange das so extrem anhalten wird, dass es hier wirklich in so gut einem Rhythmus von zwischen einer Woche und 15 Tagen immer zu einzelnen Paroxysmen kommt, das kann ich nicht sagen tatsächlich. Auf jeden Fall sind dies Prozesse, die über Monate hinweg andauern können. Ich weiß jetzt nicht so zu 100 Prozent, so weit stecke ich jetzt in dieser Materie auch noch nicht drin, ob es sogar über Jahre hinweg so extrem anhalten kann, aber da werde ich mich noch mal mit Marc Seglert unterhalten, ob er mir dazu noch ein paar Antworten geben könnte, das würde mich echt mal brennend interessieren. Und so sieht das jetzt auch erstmal aktuell mit der Situation dort aus. Der sechste Paroxysmus ist somit jetzt vollendet, das heißt, wir warten jetzt wieder auf den siebten Paroxysmus und wenn dieser Rhythmus so ungefähr eingehalten wird, ja, rechne ich dann auch wieder so in ungefähr ein bis zwei Wochen mit dem siebten Paroxysmus. Und da bleibt ihr auf meinem Kanal auch immer auf dem aktuellsten Stand. Mehr gibt es ja zum Ätna erstmal nichts zu sagen. Ja, auf jeden Fall wurde die Asche-Säule, also die Asche selber vom Ätna bis runter fast nach Kartania geschleudert. Einmal geschleudert, einmal Richtung Südosten und Richtung Südwesten und die direkten Ortschaften, die in unmittelbarer Umgebung zum Ätna liegen, besonders die hier südwestlich und südöstlich liegen, wurden sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Und der Flughafen von Kartania wurde unter anderem auch geschlossen. Der Flugverkehr wurde eingestellt aufgrund von einem erhöhten Asche-Ausstoß, ja, und hier, da ist Kartania, Mann. So, Entschuldigung. So, und da kam es dann auch zu einer, also zu einer Einstellung des Flugbetriebes. Mein Gott, was ist heute los? Warum stotter ich so? Ja, die Videos werden manchmal ein bisschen zu lang. Sorry. So, und aber der Flugbetrieb läuft jetzt aktuell wieder langsam an und kommt jetzt langsam auch wieder zur Normalität. Die Flugzeuge müssen von Asche befreit werden, die Flughafengebäude müssen von Asche befreit werden und dass es bei solchen extremen Ausbrüchen dann auch zu solchen... Ah, hier ist der Flughafen, stimmt. Hier ist der Flughafen. Wenn ihr das manchmal merken solltet, dass ich mal was suche oder so, ihr könnt mich jetzt live nicht darauf hinweisen, aber ihr werdet es dann später beim Videoschnitt, wenn das Video fertig ist, merken, dass ich dann irgendwie ein bisschen komisch werde. Alles gut. Ja, ist menschlich, kann passieren. So, und der Flugbetrieb läuft jetzt langsam wieder an. Boah, Leute, was ist los heute? Der Flugbetrieb läuft jetzt langsam wieder an, ja, und die Asche ist so gutesgehend entfernt auf dem Rollfeld und auch auf den Gebäuden und auch auf den Flugzeugen und das kann jetzt alles so langsam wieder zur Normalität zurückkehren. So, jetzt beende ich das Video an der Stelle. Das war es jetzt erstmal zu diesem großen Update zum Ätna, zum Vesuv, Fliegerische Felder und Stromboli. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu einmal in die Kommentare reinschreiben, auch wenn ihr Verbesserungsvorschläge für meine Videos habt. Das würde mich auch immer sehr interessieren und auch sehr weiterhelfen. Ihr dürft mich gerne, wenn ihr mich und meine Arbeit noch nicht kennt, gerne für euch kostenlos abonnieren und ihr dürft auch gerne eine kostenpflichtige Kanalmitgliedschaft abschließen. Da bleibt ihr zu diesen Themen noch mehr auf dem aktuellsten Stand und ich habe da drei Mitgliedschaftsstufen erstellt, einmal von 99 Cent rauf bis 4,99 Euro. Das bleibt euch letztendlich überlassen, inwiefern ihr mich da unterstützen wollt. Jeder Euro zählt und kommt mir zugute. Und ihr dürft auch gerne die Kanäle meiner Partner abonnieren. Einmal den lieben Sven von Vulkan-Tastisch und einmal den lieben Patrick von Apokalyptik-Science. Da bleibt ihr zu diesem Thema auch immer auf dem aktuellsten Stand und ihr dürft auch gerne meine Infoseite vulkane.net von Max Zeglert besuchen. Die Seite ist 24 Jahre alt und da bleibt ihr auch zu diesem Themen und zum Thema anderer Naturphänomene auch immer auf dem aktuellsten Stand. Und ich bedanke mich bei euch, bin raus, macht es gut. Euer Patrick von Lydum Produktion. Auf Wiedersehen. So und jetzt stotter ich nicht mehr. Und ich bedanke mich bei euch auf einen neueneren Konverzenten. Also Gaudi. Bye. 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 Bye.